Musik Ja, ähm, hallo und herzlich willkommen bei, äh, einem Feated Beast Together, äh, äh, Let's Play mit dem Robin. Ja. Das ist etwas später und, ähm, ich bin gerade etwas verwirrt. Naja. Ich bin nervös. Ja. Ich hab hier gerade die Katze. Guck mal. Oh Mann. Junge, was das tut denn jetzt schon wieder? Ja, ich joine gerade auf dem Server, das ist einfach schreckhaft. Und naja, es regnet, wollen wir pennen? Oh Gott, unbedingt. Ja, ich lieg schon auf dem, ja, Lefty. Das ist ja schon mal guter. Warte, du kannst genau, ja, jetzt. Ähm, nee, ich muss erst mal wieder ein Mabel fahren. Und falls ihr euch fragt, warum ich mein Haus weitergebaut habe, ist vielleicht, ich meine, auch du kackspast. Ah, jetzt hat auch du gehört. Ja, das hört ja erst nach einer Zeit aus. Kackspast. Ja, pscht, pscht. Und, ähm, also, falls ihr euch jetzt fragt, warum mein Haus weitergebaut ist, ich hab aufgenommen und dann hab ich aus diesem Mikro ausgeschaltet, also so mit dem Let's Play und so. Und deswegen konnte ich jetzt in Folge natürlich nicht hochladen. Ach, warum denn? Und deswegen ist es, ähm, natürlich auch etwas fehlerhaft. Alter, du hast denn wirklich meine Mabelquelle ausgefarmt? Deine Mabelquelle? Ich hab eine Mabelquelle gefunden. Warum bin ich hier auf deinem Grundstück? Ich hab eine unter meinem Grundstück, du Spasti. Okay, dann warst du nicht meine. Ich hab hier doch Wegpunkt gesetzt. Du hast eine Mining-Kürtel? Ja. Ich bin schon etwas weiter, anscheinend. Ach, ein ganz klein wenig. Ähm. Ich mach jetzt eine Höhlentour. Hey, wo sind meine Wegpunkte? Die sind weg. Ach ja, genau. Wir haben ja neue IP-A. Nein, das ist jetzt nicht mehr. Ja, warte, du kannst ja. Das ist eine Mabelquelle. Ja, ja, du kannst dir die doch um, du kannst eben auf die neue, äh, alte IP nochmal connecten und dir die umsetzen. Ja, super. Wie soll ich mir die denn umsetzen? Ja, sorry, aber weiß ich nicht. Wie soll ich die denn umsetzen? Ja, du gehst jetzt mit der alten, äh, äh, alten IP drauf. Gehst dann an die Stelle, wo der Wegpunkt ist. Gehst dann wieder mit der neuen drauf und setzt dir den Wegpunkt da neu. Jo. So, ähm. Ah ja, ich muss die Stoppuhr noch starten. Wo ist man? Da. Damit wir auch schön wissen, wie lange wir aufnehmen. So, äh, wie lange willst du, äh, jeweils ein Part machen? 15 Minuten, würde ich sagen, oder? Ja, ich mach manchmal, ähm, ich mach meistens so 20, 25. Ja, 15, 20, 25. Äh, kommt immer drauf an, wie viel ich geschafft habe. Ist mir ganz egal. Ja, okay. Okay, äh, ich mach hier grad mal so ein bisschen Höhlentour, so ein bisschen, ne? Oh, Level 21 schon. Läuft. Äh, so, hier ein bisschen Kohle mitnehmen. Oh ja, jetzt kommt der Öl raus. Das find ich jetzt echt scheiße. Das find ich jetzt richtig scheiße, Alter. Sorry. Ich komm nicht auf den Server, weil ich irgendwie die Adresse nicht mehr weiß. Meinst du die alte Adresse? Jo. Äh, das war ftbtogether.ticket.de. Die können wir ja jetzt sagen. Bin ich blöd? Wann funktioniert die denn nicht? Die müsste eigentlich funktionieren. Warte mal, ähm. Wolland geh ich denn jetzt hier mal? Was ist denn hier? Ach, hier geht's auch noch weiter, ja. YOLO läuft. Hier war ich letztens schon. Mal, kann das sein? Ach, ich bin drauf, super. Ähm, wo ist denn das? Sieht sehr interessant aus. Ah, da ist meine Marble-Quelle. Es kann sogar sein, dass das die Marble- Ne, war das? Ich hab keine Ahnung mehr. Ich wär jetzt gleich so, oh, was war das denn jetzt? Hm, was ist denn so? What the fah? Ich bin so blöd. Oh, ne, ich bin doch nicht blöd. Ich baue mich hier an einer Stelle runter und fall erst mal in so eine andere Höhle noch rein. Ja. Hast du noch voll Mut? Hier ist ein Spawner. Ein Skelett-Spawner. Ha, lol. Bitte lass da eine Portal-Gun drin sein. Und jetzt doch mal auf meine Farge zurück. Hast du noch voll Mut? Äh, nee, hab ich nicht. Ah, okay. Nein, ich bin ja nur, das waren vier Blöcke oder so, weißt du? Ach so. Äh, so, Kisten. Was ist hier? Tin, Eimer, nichts Besonderes. Andere. Taunium-Pickaxe ist schon mal ganz cool. Eine Schallplatte, Eisen und ein bisschen Brot. Ey. Wow. Ich bin beeindruckt. Das hat's gebracht. Der Burner. Der Burner. Ich geh da mal da wieder an der Einstelle hoch. Ach, scheiße, ich hätte noch mehr Fackeln. Ich nehm die Fackeln hier einfach wieder mit. Ich muss mal ein bisschen geizig sein hier. Äh, so Krabbel. Wieso nicht? Jeder ist mal geizig. Ja, ja. Wie kriegst du eigentlich so viel Essen? Hast du schon Farm oder so? Nee, ich hab zur Zeit noch gar keine sichere Essensquelle. Ja, doch. Ein bisschen Weizen hab ich. Das reicht gerade immer so zum Überleben, weißt du? Für Brot. Kannst du mir ein Weizen geben? Ja, kann ich machen, wenn ich hier wieder raus bin. Okay, cool, danke. Wo geht's hier hoch? Ach, von hier sind wir gekommen, oder? Äh, nee, hier sind wir dann. Ich wollte eigentlich hier in die Richtung noch weiter, aber... Ja, geh mal wieder zurück, Robin. Ist klar. Äh. Ah, von hier sind wir gekommen, genau dann. Aha, interessant. Da gehen wir später. Ich, ich geh hier erstmal ein bisschen die Gänge ab. Äh. Ähm. Ähm. Ja. Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt hier. Na, da. Das ist alles so riesig. Lol, ich höre eine Spinne. Scheiße, hier muss irgendwo ein Spinn-Spawner sein. Ein Höhlenspinn-Spawner, glaube ich. Höhlenspinn-Spawner, glaube ich. Was denn? Ich hasse die Viecher. Und ich hab kein Essen. Kein Essen und so. Ja, das ist nicht so super so. So definitiv und so, ne? Wann wir jetzt sehen. Wo es ist. Über mir muss das. Oder unter mir auch. Könnte das... Ach, scheiße. Da spawnen die ganze Zeit Viecher. Ich hör die, aber... Ich hab nicht, warum hier eigentlich nur Schafe sind. Das weckt nicht mal richtig auf, ey. Dass hier nur Schafe sind. Ja, ist ein bisschen suboptimal. Nur Schäfchen. Ja. Scheiße, Alter. Scheiße, scheiße, scheiße. Fresse. Ich hoffe, die Spinnen gelangen nicht irgendwie zu mir oder so. Alter, jetzt spawnen wir richtig viel, habe ich das Gefühl. Ja, das ist natürlich nicht so super, ne? Ja, du sagst es. Cool, ich sag auch mal, ne? Das ist ein Spawner. Mit Kisten oder auch? Zombie-Spawner. Hey, Junge, ich hör Spinnen und find ein Zombie-Spawner. Ja, hier sind Kisten. Da hast du recht. Ne Portugan. Ja. Aber kein. Doch. Oh, Junge. Was hast du eigentlich für den Eis gealtert? Oh, oh, oh. Alter. Eine, 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 äh, Portugan, das ist die Potato Gun. Ach, Taunium, Brot, ein Verzauberungsbuch auf Verbrennung 1. Ja, das ist, äh... Alter, Junge, warum hast du so... Junge, da hängt sich in Grenzen. Ja, das ist vor, er geht mich hier hoch. Äh... Hängt sich vor den Grenzen, ne? Ja, 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 genau. Alter. Junge, du, du, du hast letztes Mal auch so ein Scheißglück, ey. Das kriegst du nicht. Warte, scheiße, warte, ich werde mal angerufen. Kleinen Moment, ich muss mich mal immuten. Ja, ja, klar. Ja. So, hallo, da bin ich wieder. Ein. Äh, in der anderen Kiste... Oh, hier waren nochmal 12 Taunium. Jetzt hab ich schon 20 Taunium. Alter, Junge, warum hast du denn schon wieder ne Portal Gun? Und sonst nicht. Alter, mein Inventar ist schon voll scheiße. Ja, Alter, du hast ne Portal Gun, Alter, halt die Fresse. Ja, Mann, mein Ziel ist erreicht, eine Portal Gun mindestens zu bekommen. Oh, scheiße, hier kommt die Spinne auch schon, die erste. Fuck, fuck, fuck. Dann bin ich am Arsch. Ich geh jetzt erstmal nach Hause. Scheiße, von wo komm ich? Ah, ich glaube von hier hinten irgendwo. Oh, scheiße. Ja, doch, 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 von hier, das kommt mir bekannt vor. Oh. Oh, ja, 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 ja. Von wo? Das kommt jetzt irgendwie komisch, findest du? Ah, ich glaube, ich bin hier nicht hoch. Genau, und hier war das, wo ich später noch reingehen wollte, woraus jetzt erstmal nichts wird. So, hier muss ich jetzt irgendwo zurückgehen. Ah, da hinten sehe ich schon mal meine Turtle-Loch auf der Minimap. Ah, komm hoch, 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 hoch. Oh, hier ist Robbie, das kann ich mir nicht entgehen lassen. So, weiter, weiter, weiter. Tja, ich hoffe mal, halt, ich sehe keine Mobs mehr im Umkreis, aber trotzdem, Junge, weg hier, Junge. Ja, ich bin in meinem Minimap. Ich bin ja nicht so blöd, der hat schon nur so. Warte mal. Ich glaube, du tust nur so. Halt's mal. Ah, meine Minimap hat gestoppt, rated die for fuel, alter, ey. Basti. Er stoppt die einfach, ohne mich zu fragen. So, hier so irgendwie. Ach, hier ist ja auch zum Glück gar nicht viel Cobblestone von der gesammelt worden. Und so, ne? Mach ich gleich. Und ich glaube, ich mach mir da mal Leitern, dass man hier besser hoch und runter kommt. Das ist echt... Das regt mich auf. Ja, du kennst jetzt meine Situation natürlich nicht, Max, ne? Ich hab hier so einen scheiß Auf- und Abgang, wie auch immer. Ach, der Auf- und Abgang. Ja, ja, genau. Der ist total scheiße bei mir. Okay, so, jetzt erst mal die Porte ganz sicher erst mal wegpacken. Ne, ich pack die mal da hinten in die Kiste. So, da packe ich auch mal die ganzen coolen Sachen hier hin. Das, äh... Das kann ich da noch reinpacken. Ja, den Rest packe ich erst mal... Hier hab ich meine Erze. Da kommt die ganze Kacke rein. Zack, zack, zack. Ah, komm, hier packe ich noch die ganzen Mob-Drops in die Kiste rein. Das ist auch... Lol. Woher hab ich einen schwarz? Ach ja, das war in der Kiste. Wollte schon sagen. So, so... Äh... Also... Das muss da rein. Das auch. So, das nehm ich gleich mit für die Mining-Türtel. Das kommt da auch rein. Hey, ich hab schon neun Koppa. Und 31. Hey, du hast ne Portal, Jan. Ach ja, genau. Das vergess mich immer wieder. Äh, kannst du vielleicht mal ganz kurz leften? Äh, ja. Ey, ich mein schlafen. Ich hab jetzt vielleicht nicht mehr... Ich wollte schon sagen. Hey, wieso leften? Ja, ich bin im Bett. Gut, einen Moment. Ich tu leften. Kannst wieder kommen. Okay. So, jetzt, äh, und so, das... Ich hab keinen Platz mehr in der... Ich muss mir da demnächst jetzt echt das Lagerhaus machen. Hey, das ist... Oh. So, Junge, ich bin... Ich bin sowas von nicht weit so, ne? Ich auch nicht so wirklich. Ich hab ja auch erst... Das ist ja jetzt meine elfte Folge, meine ich. Also so viel sind das jetzt auch nicht. Du hast wenigst ne Mining-Türtel. Ne Mining-Watt? Aber so schwer ist die auch gar nicht, ne? Mining-Türtel? Nein, die ist überhaupt nicht schwer. Was brauchst du dafür nochmal? Ich mein, Computer weiß ich, aber... Ähm, für die Türtel... Computer? Ja, ne Spitzhacke kannst du ja aber auch aus... Äh, Dingens und so nehmen. Muss ja nicht zwingend, ähm... Diamant sein? Genau. Und, äh, bringt's auch eigentlich nicht. Dann kann die nur noch Obsidian abbauen, aber... Das brauch ich grad sowieso nicht. Ja, eben. Äh, also eigentlich bringt's das schon ziemlich. Boah, ich hab schon richtig viel Fahnen, weil ich die ganze Zeit meine Flachsseeds, äh, hier an... Anpflanze. Ich brauch eigentlich... Es geht aber eigentlich voll. Aber ich brauch erstmal ein paar Sachen. Ach so, übrigens, den einen Weizen kannst du dir selber anpflanzen. Du brauchst ja einfach nur ein Seed und den kriegst du ja, wenn du Gras kaputt schlägst. Ach genau, Blut. Ja, stimmt. Das weiß ich auch. Fällt mir grad von so ein. Ja. Ach scheiße, ich hab kein... Ja, rein theoretisch schon, aber... Warum brauchst du Gravel, Alter? Ich hab noch kein Eis und ich würd mir gern ein paar Spitzern machen. Aus Gravel? Ja. Äh, ach Quatsch, Gravel, was red ich da? Ich mein Pflasterstein und wir müssen Pflasterstein geben. Ich wollt schon sagen, hä? Äh, also du willst Pflasterstein nur... Jo. Dein Ernst, jetzt? Ich würd's gerne haben. Gut, dann bin ich vor ihm zu dir. Ja, ja, genau, komm einfach vorbei. Das kommt dann da rein. Das Holz nehm ich erstmal kurz mit... Ja, ne, wo ich schon dabei bin, kann ich hier gleich... 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aber sonst geht's gut? Ne, ich hab hier nur gecraftet. Mit vollem Einsatz. Achso, ich merke schon. So, jetzt kapier das Holz rein und so. Dann hier wieder die Erde. Zack, ich sortier schon mal so ein bisschen vor, ne, damit ich es nachher leichter hab. Äh, ne, 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 komm mit... Nein, 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 komm mit, nicht da rausnehmen, nicht da rausnehmen. Okay. Komm mit unten zu meiner Mining Turtle. Die ganze Scheiß, da brauch ich nicht. Ah, du Arschloch. Ja, Junge, die... Die, die, ein bisschen was will ich mir da oben aufbewahren, du Spasti. Hier ist sie auch schon. Einfach aus der Kiste nehmen, kannst du dir so viel rausnehmen, wie du willst. Den Rest schmeiß ich sowieso weg. Achso, dann ist gut. Ähm, 1, 2, 3, 6er, danke schön. Ja, ja. Bis. Ciao. Äh... Ich brauch auch direkt ne, mein... Ich sollte gleich unbedingt mal ne Farmingtour machen, ey, das ist ganz wichtig. Ne Farmingtour. Ja. Ja, da hast du recht. Das ist wichtig. Aber ich brauch erst mal ein bisschen was zu futtern. Ohne Futter keine Farmingtour, sage ich, sage immer so. Da hast du auch wiederum recht. Weil ohne Essen ist richtig scheiße und in Höhlen man nicht mal. Vor allem, wenn du dann so Spawner findest. Ja. Ich hab zwei gefunden. Finde ich erst mal zwei Stück direkt... Und ne Portalgut. Ja, die ist unwichtig. Ja, scheiß nur, was hat denn ne Portalgut? Alter, ich hab jetzt schon übern Stack Eisen. Krass. Junge. Durch die Miningtourtel. Ich sag dir, das bringt's richtig. Vor allem am Anfang, wenn du noch die ganze Scheiße brauchst. Ja, ich brauch ganz dringend ne Miningtourtel. Das ist nicht schwer, ich sag's dir. Äh, so. Ähm, zack, zack. Die ganze Gravel-Scheiße. Jetzt wieder da mit rein. Den Mab... Ah, fuck, das passt doch alles nicht. Durch die ganzen Glasscheiben hier, ne? Ich sag's dir. Ich hab so viel verkackt, viel Glas. Das kommt jetzt alles erstmal hier mit rein. Also, wenn du Glas brauchst, ne, da hab ich ein bisschen was. Okay, merk ich mir. Äh, Charts können da rein. So, jetzt hab ich nur noch die Sticks. Ah, genau, äh, apropos Sticks. Ich mach mir jetzt erstmal Leitern für die Miningtourtel. Also erstmal zack, dann zack. Und zack. So, ich jetzt noch was zum Dingens. Alter, ich hab mir einfach mal... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 halb Sticks gemacht. Warum? Warum so viel Sticks, Alter? Ich brauch das. Sticks. So viel. Ja, und jetzt hab ich mir ein Stack, äh, Leitern gemacht. Ach so. Ja, okay. Ja, dafür brauch ich... Jetzt hab ich nur noch vier Sticks. Fünf Sticks, äh, Sticks. Da in vier. Sorry. Und, äh, Sticks brauchst du immer, Alter. Ja. Sticks ist... Das ist jetzt nicht unbedingt schlimm, also. Oha. Das war jetzt natürlich sehr schlau von mir. Was soll man auch andere... Oh, ja, ich... Übrigens, ich hab vergessen, die Hintergrundmusik anzumachen. So, jetzt ist sie erstmal... Ey, ich krieg keine Scenes aus... Oh, da ist auch gerne. Das dauert manchmal ein bisschen, Max. Geduld. Oh, fuck. Ich hab... Ich hab... Ich hab nur Flapsseats. Noll. Na, ist doch egal. Oh, hier ist meine erste Rock Crunch. Warte, vielleicht sind sie noch letztendlich. Nein, natürlich nicht. Ist ja nicht meine Hürde. Hm? Was ist? Was ist, Max? Nichts. Wo warst du? Ich war kurz weg. Ah, ja. Genauer gesagt, meine Mutter kam rein. Naja. Ähm. Musst du nicht aufhören? Deine Mutter ist ja normalerweise immer so schnell. Nö, in den Ferien nicht. Noll. Hä? Wieso sollte sie da... Ja, weil... Ich mach... Ich geh gleich auf. Ich bin total müde nach der Aufnahme. Geh... Na gut. Ah, stopp. Ah, meine Güte. Sterb! Scheiß, cool. So, die ganze Scheiße nehme ich mit an die Erde, kann ich auch erstmal hier entsorgen, die braucht auch keiner. So, und jetzt kann ich... Oh, hier ist noch mehr Cobblestone in der Meining Turtle. Cobblestone? Hey! Ja, du sagst es. Der braucht nicht mal Cobblestone. Du brauchst es gerade was. Ich weiß. So, und jetzt kann ich der einfach mal hier in den Stack Kohle reinpacken und jetzt arbeitet die weiter. Und das war jetzt super schlau von mir. Oh Gott, war das schlau. Warum, was ist los? Ich bin hier einfach mal... Ja! Das kann ich nicht beschreiben, ich bin hier so eine Treppe runtergeflogen. Achso, ja, das ist ja natürlich schlau. Oh, Junge, nein. Hier kommt man echt nicht so jetzt. Ah, endlich komme ich hier gut lang. Jetzt kann ich die Scheiße hier eigentlich auch wieder direkt zubauen mit dem Cobblestone... Ja, mit Cobblestone und Gravel. Ich nehme erstmal den Gravel hier. Okay. Und mit Erde dann oben schön. Es fällt gerade ein, ich will mich ja ein bisschen vor Video machen. Wir lachen die ganze Zeit voll hoch, aber wir haben die ganze Zeit auch vor Video gemacht. Was für ein Info-Video? Ja, wofür? Wir haben die ganze Zeit drüber. Achso, ja, 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 ja. Sch-sch-sch-sch... Sorry, Alter. Voll verpeilt und so. Was denn? Du checkst auch gar nicht, oder? Nö, endlich nicht. Also jetzt gerade so ein Zusammenhang und so, weißt du, oder so? Ich habe gesagt, sorry, Alter, voll verpeilt. Check nur daran. So viel habe ich wohl auch mit Bokar oder Bokar oder Bokar? Ja, was steckst du jetzt daran? Ach, scheiß drauf, Alter. Ja, nein. Ich nehme hier mal wieder mit der klügsten Person aus dem Umfeld auch. Nein, natürlich nicht, Max. Achso, Umfeld schon, ich meine. Wer ist denn in deinem Umfeld schlauer als ich? Ich? Okay, das klingt jetzt ein bisschen selbstverliebt. Das klingt ganz leicht selbstverliebt. Aber also, wenn es nun mal der Wahrheit entspricht, hallo? Warte, das Holz ist da aber viel am Platz, ne? Das muss ja wohl hier hinten rein. So, und ich habe immer noch... Weißt du, wer ein viel am Platz ist? Du. Nee, ich nicht. Ich bin der Gründer dieses Projektes, Bitch. Ich glaube, mein Minecraft-Sound ist ein bisschen laut. Kann das sein? Geräusche. Ich mache mal 14%. So, nein, ich habe... 14? Ja, 14. Warte mal, wie viel habe ich denn? 100%. Oh, ich habe auf 21. Hey. So, warte. In der Systemeinstellung habe ich glaube ich Minecraft- Äh, wie ist auf 1% oder so? Ja, ja, in der Systemeinstellung habe ich es auch noch mal ein bisschen runtergepackt. Nicht unbedingt 1%, aber ein bisschen runter. Ich habe es glaube ich sogar auf 1%. Ja, Max. Was ist denn? Das ist alles so dröhnend, so. Weißt du? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. So, und jetzt haben wir hier einen schönen Eingang, der nicht so scheiße aussieht. Und wo man viel besser hoch- und runterkommt. Vor allem, wenn wir einen Jetpack haben. Oh, ja, darauf freue ich mich schon. Wir könnten jetzt auch demnächst mal mit Energie und so anfangen. Eigentlich in der nächsten Folge oder so. Eigentlich ja, ne? Wobei ich eigentlich noch nicht. Ich wollte gerade sagen, du auch schon. Ja. So, zack, zack, zack. Nur noch eben die Rubber-Trees hier ernten, damit wir neue pflanzen können. Alter, wie weit bist du eigentlich? Wieso weit? Rubber-Tree ist sowas, was du von Anfang an eigentlich haben solltest. Michael hat auch schon welche und Fabian hat auch schon welche. Alter, das ist meine erste Runde, die ich spiele. Das kommt mir nur so vor, als ihr die den Schatz 200 Runden vorher gespielt habt. Nicht ganz. Es waren 10. 10 Runden. Das ist aber sehr nah an 200 ran. Äh, warum kommen hier bitte gar keine Setzlinge raus? Wollen die mich verarschen? Ja. Ich ernte 6 Bäume und es kommt kein Setzling bisher raus. Äh, das ist ja wohl die größte Verarsche. Ah, da war auch schon einer. Ey. Ein Setzling. Also normalerweise müsste man da ja immer ein paar mehr rauskriegen, als die Anzahl der Bäume, die man gefällt hat, ne? Tja. Oh, was war das denn? Oh, komm schon. Da müssen doch noch welche rauskommen. Das war ja... Das ist nicht im Ernst jetzt, oder? Wofür brauchst du denn ein Setzling, Alter? Ja, damit ich mehr anpflanzen kann, um dann mehr Stick Resin zu bekommen und das dann im Endeffekt zu Rubber zu verarbeiten. Ach, das... Ah, da oben liegt ein Setzling. Oh. Ah, und hier liegt noch einer rum. Oh, das sind schon mal 3. Aber ich muss mindestens noch 3 wiederbekommen, damit es sich... Ah, hier. Damit es nicht umsonst war. Hier ist noch einer. So, jetzt fehlen mir nur noch 2. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, die 6 Bäume gefällt und ich wollte eigentlich da mehr pflanzen. Hä, ja, wieso blöd? Normalerweise kommt da mehr. Ah, hier. Noch einer. Also, jetzt fehlt nur noch einer. Normalerweise kommt der ja auch mehr raus, ein bisschen, ne? Man merkt's. Ja. Wie gesagt, normalerweise. Die Realität hat's gezeigt. Ich sag ja nur normalerweise, ne? Alter, es ist schon wieder Nacht, ey, meine Güte. Ey, das kommt mir vor, als wäre es hier nur Nacht. Ja, ne? So ein bisschen. Ey, das ist echt krass. Nein, es kommt keiner mehr raus. Scheiße, es hat sich nicht gelohnt für mich. Es ist genau einer zu wenig rausgekommen. Oh, hui. Ach, Mann. Ist doch kacke. Naja, okay, wenigstens schieben Sticky Residen. Damit hab ich jetzt schon 15. Was ist das für ein Kack hier? Warum kann ich den nicht bauen? Ich kann's doch nicht sagen. Ich weiß noch nicht mal, was man... So, das Rubberwood kann ich jetzt erst mal hier mit reinpacken. So, und was wollte ich denn jetzt... Ja, ich wollte mir aus Knochen... Oh, scheiße, ich hab nur zwei Stück. Egal, immerhin... ...sechs Bohnen mir. Ein Baum, zweiter Baum, dritter Baum, vierter Baum, fünfter Baum. So, das ging schnell. Mann, bin ich heute schlau, ey. Das gibt's ja nicht. Jetzt erst mal die schönen Kahl ernten hier. So, ich glaube, hab ich denn eigentlich... Könnte mir doch einfach mal eine Schere machen. Wenn ich nicht schon sogar eine habe. Ne, hab ich nicht, oder? Okay, ich mach mir einfach mal eine Eins, Zwo... Eigentlich auch direkt zwei. Die gehen immer so schnell kaputt. Du hast recht, ich hasse Scheren. Warum geht's immer in eine elektrische Schere? Äh... Keine Ahnung. Na, jetzt Scheren an sich gehen ja nicht so schnell kaputt. Nur wenn du damit, äh... Äh, Dingens erntest, ähm... Wolle? Ne, äh... Was denn? Blätter. Von Wolle. Ach so. Aber ging das nicht normalerweise schneller, oder ist das nur bei... Alter, das kommt mir grad mal total langsam vor. Ich hatte das irgendwie schneller in Erinnerung, dass es damit so mega schnell und so geht. Das ist immer richtig beschissen, Alter. So krieg ich noch nicht mehr Setzlinge da raus, also mach ich es lieber so. Es geht genauso schnell und das... Und ich könnte Setzlinge noch rauskriegen. So, komm. Schön abbauen, ist das interessant. Und... Und Max, was machst du grad so? Ah ja, der letzte Setzlinge. Ah, nee, ich hab sogar noch einen. Ich mach grad mal ne Veranda. Also mein Haus mach ich grad noch. Na dann. Bisschen verschönern und so. Verschönern? Jetzt schon? Nein. Ja, ist egal. Ich mach halt grad mein Haus. Belassen wir es da. Okay, gut. So, hier noch ein bisschen Blätter weg. Da noch ein bisschen Blätter weg. Fertig ist das Blätterparadies. Oh, noch ein Setzling. So, langsam fängt es an, sich zu lohnen hier. Schade nur, dass ich kein Bohnenmehl mehr hab, um die hochzuzüchten. Oh, noch ein Setzling. Äh, eins, zwei, drei, so, zack. Ich sag dir, es wird ne bessere Farm, als die, die ich in der letzten Welt hatte. Haha, das ist mir ein Namegartenbänder. Doch, ich hatte einen. Vielleicht tun's ja noch? Ja, unterirdisch in meinem Mining-Törtel-Loch. Bist du blöd? Wieso? Ach, verdammt. Pisswurst, Mann. Warum bin ich blöd? Nein, nicht du, ich bin blöd. Ach so, okay. Ich hab meine ganzen Veranda einen Block so hochgebaut. Das kann ich nicht wieder bauen, ey. Spass die. Oh, ey, diese Folge hat so gar nichts gebracht, ey. Ja, bei mir, ja. Wobei, Porto Gardner, würde mich jetzt mal nicht beschweren, also. Bei mir war sie einfach nur so sinnlos. Das ist auch, abgesehen, dass du das Schwabel geendet hast. Ja, da hast du auch. Na ja, jubolo, erste Folge, ne? Ist das erst deine erste? Hey, nein, wir hatten doch schon eine aufgenommen zu Fie, dritt, oder? Hey, was? Hä? Das ist so nicht dein... Also meine zweite, doch, meine zweite oder meine erste? Ich weiß es nicht. Pst. Ist ja auch egal. Ich werd's in. Ich guck mal auch gleich in mein Dingens nach. Vielleicht lad ich gleich... Noch ein Setzling. Vielleicht lad ich auch gleich eine Hochschule. Ich lad wahrscheinlich auch ein paar über Nacht hoch. Ein paar. Und also diese, die wir jetzt grad machen, werd ich rendern. Und die anderen beiden, die ich noch auf meinem PC hab, werd ich hochladen. Ach, du musst doch rendern. Stimmt. Ja, ganz vergiss. Kannst du aber auch über Nacht machen. Ja, schon wieder. Also mach ich zumindest. Ja, logisch, aber kann ich ja nicht mehr... Wenn es lohnt sich so, weißt du, dann bist du nicht davon betroffen. Ich find das immer ganz praktisch. Was denn? Ja, wenn du über Nacht renderst oder hochlädst, dann hast du nicht das Problem. Dass du Internet- oder Lack-Probleme oder was weiß ich was hast. Ähm, doch, ich auch. Und wenn ich renne, dann kann ich ja nicht hochladen. Das ist ja logisch. Ja, da hast du natürlich recht. Doch, du könntest hochladen, aber ein anderes wieder. Hab ich aber nicht. Ja, okay, das ist dann natürlich schlecht. So, jetzt kann ich das mal eben den Setzling da... Alter, jetzt zwei neue Setzlinge schon wieder dazu. Ich sag dir, das lohnt sich eben, du Verfahren. Eigentlich nicht wirklich, bisher. Weil wir noch keine Tree-Tabs haben, aber... YOLO. Oh, nee, ist es. Wie viel Zeit haben wir denn hier? Äh... Oh, wir sind jetzt bei 28 Minuten. Ja, oh! Ja, wir machen jetzt gleich kurz Schluss, ne? Nee, eine 30-Minuten-Folge. Ja, mach ich öfter. In letzter Zeit mach ich eigentlich fast immer, weil... Sonst schaffst du so wenig. Und dann hast du so das Gefühl, du hast immer gar nichts geschafft. So, weißt du? Ja, ja, nein, ich... Ich meine, das ist eine 30-Minuten-Folge und ich hab nichts erreicht. Das ist auch ein Schleizdruck, ey. Ja, da hast du natürlich recht. Doch, ich hab was erreicht. Ich hab meine Veranda auf und wieder abgebaut. Im Ernst jetzt? Ohne Scheiß, ja. Oh Gott. Ja, was soll ich machen? Keine Ahnung, guck. McFitty. Nein, ähm... Oh, McFitty hat eine Schleichwerbung-Scheiße. Kann ich das nicht sagen. Ja, ja, äh, Schleichwerbung, ja, ja, ja. Das ist damit angefangen. Ach, ja, 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 jetzt wieder mir die Schulter in die Schulter schieben, ne? Ah, komm, ne. Also meine Familie hat mir gesagt, ich soll immer die Wahrheit sein. Spass dich. Das war mein Antwort darauf. So, ähm, jetzt mach ich noch eben... Ich muss nicht mehr. Ich wollte die Kacke, die Kacke kann da auch rein. So, jetzt muss ich nur noch eben, äh, essen. Erstmal. Essen. Essen, essen. Boah, ich bin ja... Ich bin so scheiße, ne? Ja. Max, du solltest echt nicht die ganze Zeit sowas sagen. Dir stimmen nur alle zu. Und dann kommt's nur raus, dass es wirklich so ist. Ach, halt die Fresse. So, wie macht man denn jetzt nochmal einen Tree-Tap? Das war doch irgendwie so, ne? Ja, genau. Äh, ich mach mir mal direkt... Wie viele mach ich mir denn mal? Sechs, sie ist neun. Komm, ein Inventar-Reihe voll. So, einfach mal neun Tree-Taps. Das muss einfach sein. Die gehen so scheiße schnell, ja? So, und jetzt kann ich mir hier Sticky-Visine holen. Ist hier noch was? Ne, ist hier noch was? Nope. Hier ist was. Hier ist noch was. Da fliegt das weit weg. Hier ist was. Hier ist was. Ja, das war's dann dann auch schon. Dann nur noch hier. 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 Ich glaub, ich mach mir mal ne Tro. Und hier. Ah, 24. Ah, ne, da ist noch was. Und da auch noch. Alter. Ich hab jetzt 29 Sticky-Visine. Und plus die, die ich noch habe, hab ich jetzt schon 44. Läuft. Ich hab was erreicht. Ich hab meine erste Truhe. Hey. Ist jetzt? Ja. Ja, okay. Ja. Äh, so, jetzt hol ich mir Kohle und brenn erstmal hier das Sticky-Visine. So. Die Tree-Tabs packe ich mal hier rein. Und ja. Einer ist sogar komplett kaputt und der andere ist fast kaputt. Naja. So. Ähm, ich würd mal sagen, äh, ich, ähm, will jetzt pennen gehen. Oh ja, ich auch. Sollen wir beenden. Das können wir tun. Ist jetzt auch schon bei 31 Minuten. Ich glaub, ist besser so. Okay, ähm. Ja, bin ich auch dafür. Vielen Dank fürs Zusehen. Äh, ja, macht's gut, äh, und so weiter. Schlaft schön. Ja, genau, schlaft schön. Und ja, ähm, bis dann. Tschüss. Tschüss.